Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute für euch Run Run. Na dann, let's do it! U-Bahn-Mitarbeiter? Alter, warum ist das jetzt so fucking luster hier? Was ist denn los? Was ist denn los? Was? Wie? Was? Was? Was war denn das gerade? Oh Gott, was war denn das? Ja, gut, na dann gib ich mal Stoff. Ich frage mich, wie ist er jetzt hier mit dem Rollstuhl runtergekommen? Was ist seine Intention? Warum bin ich hier? Was ist meine Mission? Und was, 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 was ist das da hinter mir? Ist ja fürchterlich. Das klingt ja... So, anscheinend muss ich ihm davon fahren. Ich fahr mal erstmal, bevor ich jetzt hier hochfahre, ich fahr mal hier gerade aus. Oh, sind mies, Alter. Was seid ihr für Penner hier? Rollstuhlfahrer jagen, oder was? Arschlöcher! Ihr Schweine! Es ist aber auch dunkel für die Nacht ja da! Meine Fresse! Ist hier irgendwo ne Tür? Start! Nein! Okay, Ruhe! Silenzio! Schön! Das find ich gut! Aber hier ist auf jeden Fall Sackgasse. Na toll! Also muss ich auch noch in der Mitte hoch, oder was? Aber auf jeden Fall wäre ich jetzt gerade nicht verfolgt, so wie es sich anhört. So! So! Na denn! Äh! Hier im Schub! Oh! Ih! Oh Gott! Oh Gott! Äh! Ja ist nicht so gut! Die Adipositas-Bande verfolgt mich! You're screwed! Was? Wie? Was heißt? Warum? Dit wat? Kann man machen! Okay! Okay! Ich probier mal ganz kurz nochmal jede Sache! So! Wir starten nochmal das Spiel! Und rollen nochmal geradeaus! Und dann den Berg hoch! Das darf vielleicht ja auch sein! Ich meine da sind... Äh! Ist auch die dicken Bande runtergekommen! Hm! Kann ja jetzt nicht sein, dass ich ja einfach bloß irgendwie verfolgt werde! Und am Arsch bin! Ich meine... Ich sitz hier mit dem Rollstuhl in... In... Keine Ahnung! Wat für ein Untergrundtunnel irgendwie! Also ich bin schon am Arsch! Aber wat? Wat? Wat wollen die von mir? Warum hab ich auch keine Schuhe an? Wat soll denn das? Wat ist das für ein Quatsch? Hier kommt doch keine Saue noch mit dem Rollstuhl! Ich fahr jetzt hier hoch! Ja kurz, wir kommen hier hoch! Alter, muss so mega schwer sein hier mit dem Rollstuhl hochzukommen, ey! Das ist nicht bei Ihren Fall, Freunde! Anzeige ist raus! Was? So? Und? Tür? Ist da eine Tür? Oder etwas? Ey, nein! Wat? Geht's nicht lang? Geht's auch nicht lang? Äh... Ist nicht so gut! Kommen wir jetzt hier hoch! Ich seh' nicht! Ich seh' nicht! Warum seht ihr nicht? Oh! Ja, ich würde sagen, dann haben wir das wohl doch schon durchgespielt mit You Screwed! Und... Ja! Na... Wenn's euch gefallen hat, ihr Lieben, lasst doch einen Daumen nach oben da! Und für weitere total tolle Let's Plays wie dit, lasst da ja ein Abo da! Ja! Und dann aktiviert die Glocke, damit ihr seht, wann so ne fetzchen Dinger online sind! Alles klar! Na, nächstes wird besser! Bis denn! Ciao!